Und so baut sich langsam die Geschichte hin zum für dich richtigen Investor auf. Das heißt, es gibt weder das richtige Unternehmen, noch den immer richtigen Investor, aber es gibt verschiedene Szenarien, wo also ein Match zwischen Status Quota Unternehmung und dem Investor existiert und wenn man diese beiden Dinge übereinander bringt, dann hat man einen kleinen, mittleren oder vielleicht auch großen Exit, je nachdem, wo man sich in der Wertschöpfung befindet. Herzlich willkommen zu meinem neuesten Video hier auf YouTube. Du merkst, ich werde immer entspannter vor der Kamera. Es macht mir auch ungemein viel Spaß, mit dir diese Reise hier auf YouTube zu vollziehen, sie gemeinsam zu gehen und wenn du diesen Kanal für interessant befindest, dann lass gerne einen Daumen nach oben und ein Abonnement für den Kanal da. Wenn du jetzt keine Ahnung hast, wer ich eigentlich bin, mein Name ist Matthias, mit vollem Namen Matthias Walter-Eser, bin Geschäftsführer der Gesellschaft der ESA Capital Vermögensverwaltung GmbH und hier in der Firma begleiten wir erfolgreiche Unternehmen dabei, ihre M&A Transaktion zu vollziehen. Das heißt, entweder selber durch anorganisches Wachstum zu wachsen, das ist das Wachstum durch Zukauf, also andere Unternehmen werden übernommen oder wir unterstützen Unternehmerinnen und Unternehmer dabei, ihre Firmen profitabel und nachhaltig sinnvoll zu verkaufen und natürlich auch im Kontext dessen, die entsprechenden Unternehmensfinanzierungen Equity, Debt und Messanin-seitig zur Verfügung zu stellen. Heute möchte ich mit dir über ein Thema sprechen, das natürlich 2024 wieder besonders präsent wird. Aktuell, wir haben das Video am 21. Januar, heute ist ein Sonntag, ich sitze am Sonntag natürlich gerne für dich im Studio und zeichne diese Videos auf für die nächste Woche, haben wir wieder eine wichtige Information aus Davos bekommen. Na ja, Schwab veranstaltet da ja immer ganz tolle Events. Ob man die jetzt gut oder schlecht finden mag, das ist dem Einzelnen überlassen. Ich finde sie eigentlich sehr gut, denn die Idee der Zusammenkunft ist als solches, glaube ich, im Menschlichen eine nie schlechte Idee und was ja die großen Institutionen, so auch Goldman Sachs zum Beispiel, die zum heutigen Tag mit dieser Ankündigung jetzt leider einen Prozent abgerutscht sind, aber das sagt jetzt nicht besonders viel über die Langfristigkeit mit Blick auf 2024 über zwei für uns relevante Märkte, nämlich M&A und Private Equity. Das sind die Märkte, mit denen wir uns hier beschäftigen, was quasi unser tägliches Brot- und Buttergeschäft ist und es ist ziemlich einhellig, dass die Zinsen fallen werden, dass damit der M&A-Markt wieder etwas beflügelt wird und dass Private Equity Investments einfach wieder interessanter und relevanter für die einzelnen Akteure werden. Und das ist auch etwas, was natürlich dann für dich relevant wird, wenn du aktuell die Idee mit dir herumträgst, wenn du mit der Idee schwanger gehst, dein Unternehmen zu verkaufen. Und das ist ja eigentlich auch das, weswegen die Leute zu mir beziehungsweise zu uns kommen. Ich bin ja glücklicherweise nicht mehr alleine mit meinem Wirken hier, denn wir sprechen tagtäglich mit Founderinnen und Foundern darüber, dass sie Unternehmen profitabel verkaufen möchten. Und die einzigen zwei Fragen, die, glaube ich, in jedem Gespräch vorkommen, und ich versuche jetzt wörtlich zu tieren, mir ist schon klar, dass du mir jetzt keine konkrete Zahl nennen kannst. Aber wie viel ist mein Business denn wert? Ich versuche immer, eine irgendwie hinreichende Antwort zu geben, aber die Antwort ist nie präzise logischerweise. Deswegen, wenn du zu uns kommst, stell mir die Frage gern. Ich werde mir natürlich Mühe geben, die dann in der jeweiligen Situation einigermaßen korrekt beantworten zu können. Wobei ich immer sagen muss, es hängt davon ab und davon und davon und davon und davon. Aber ich freue mich jetzt schon aufs Gespräch mit dir. Das zum einen. Und natürlich zum anderen, ja, wer könnte eigentlich ein Investor für mein Business sein? Ja, das kommt einfach darauf an, welche Art von Business du eigentlich konkret betreibst. Es kommt auf die Größe an. Es kommt auf die Struktur an. Es kommt auf den Markt an. Es kommt aber auch auf deine Rolle jetzt ganz konkret an, ob du sehr operativ bist oder ob du eigentlich nur noch der normative Teil bist, der sagt, naja, ich habe einen Geschäftsführer mit im Business drin, der ist für mich wie ein Vermögensverwalter, denn ich bin auf dieser normativ-Management-Ebene und das ganze operative Management, darum kümmere ich mich überhaupt gar nicht mehr. Ich möchte jetzt aber diese Situation verändern, jährlich von meinen Jahresüberschüssen zu leben, sondern ich möchte jetzt ein großes Liquiditäts-Event, im Englischen auch gerne als Liquidity-Event bezeichnet, schaffen, um mit mehr Cash neu unternehmerische oder vielleicht auch private Initiativen starten zu können. Das ist alles ein valides Vorgehen. Man muss sich einfach nur die Frage stellen, wo möchtest du denn im nächsten Schritt hin? Und ist dein Unternehmen aktuell in der Phase, wo du das Maximale an wirtschaftlichem Potenzial aus selbigem rausholen kannst? Denn die meisten Unternehmen, ich weiß, das ist jetzt ein Statement, wofür ich wieder stark kritisiert werden werde, sind verkaufbar. Es gibt für fast jedes unternehmerische Szenario, das sich in irgendeiner Organisation, wenn diese denn tatsächlich existiert im wörtlichen Sinne, wo sich ein Käufer für findet. Ich vergleiche das gerne mit der Immobilie. Da können sich das die Leute nämlich besser vorstellen. Jetzt reden wir in einer nicht ganz optimalen Zeit, wenn wir über Immobilien sprechen. Vor wenigen Monaten hat die SIGNA, also die Unternehmensgruppe von dem Gründer René Benko, zu dem ich auch schon ein Video hier auf dem Kanal publiziert habe, Insolvenz angemeldet und die einzelnen Tochtergesellschaften rücken mit weiteren Insolvenzanträgen hinterher. Sie folgen also der Mutter auf Schritt und Tritt. So traurig und lustig das klingt, ist es jetzt nicht der optimale Zeitpunkt, um Immobilien eigentlich als Beispiel zu nehmen. Aber jeder kennt das klassische Modell des Projektentwicklers, des Bauträgers, des Immobilienmaklers. Und jeder hat in dieser relativ diffizilen Wertschöpfungskette der Immobilie eine Aufgabe. Der eine sagt, mein Job ist es nur, das Grundstück zu kaufen, dieses Grundstück erstmal zu erschließen, vielleicht die entsprechende Baugenehmigung dafür zu bekommen, um es dann im nächsten Schritt an die folgende Organisation, den folgenden Akteur in der Wertschöpfungskette weiterverkaufen zu können. Der Nächste sagt, ich bin nur verantwortlich für den Rohbau, vielleicht aber auch nur für das Konzept, nämlich der Architekt. Es kann sein, dass der Architekt das Ganze plant mit dem Bauträger zusammen und der Bauträger das ganze Projekt dann bis zum Rohbau finalisiert. Sagt, aber mehr wie Rohbau mache ich nicht, weil das entspricht dann einfach nicht mehr meinem Kompetenzniveau. Der Nächste sagt, okay, ich kaufe dieses wieder nur halb- oder viertelfertige Projekt, um dann meinen Teil der Wertschöpfung obendrauf legen zu können, nämlich ich baue alles, bis die Fenster drin sind. Das wird jetzt wahrscheinlich so niemand machen, aber damit es jetzt einfach deutlich wird, ich baue alles, bis die Fenster drin sind. Der Nächste sagt, ich baue noch die Fenster mit hin und mache einen wunderschönen Garten, denn am Ende sind 98% unserer Entscheidungen emotionale Entscheidungen und wenn ich einen tollen Garten habe, dann habe ich auch eine tolle Grundlage, um mein Objekt dann selber oder vom Immobilienmakler, der dann wiederum die nächste Einheit in der Wertschöpfungskette abbilden würde, veräußern zu lassen. Und so ist es auch in deinem Business. Sei genial ziehen, der deutsch-türkische Unternehmer und Milliardär hat es mal relativ simpel beschrieben. Es gibt den Unternehmertyp, der quasi in die Höhle reingeht und versucht, den Diamant aus der Höhle rauszubrechen, also aus dem Steinbruch, glaube ich, nennt man das dann, oder aus der Mine, so aus der Diamantenmine rausbricht, kommt dann mit diesem rohen Diamanten und sagt am Markt, naja, jetzt brauche ich jemanden, der diesen Diamanten schleift und der ihn dann letztlich auch noch erfolgreich verkaufen kann. Und wenn du jetzt jemand bist, der sagt, hey, ich bin extrem gut, ein Business von 0 auf 1 oder auf 5 zum Beispiel zu bringen, um es jetzt irgendwie etwas zu quantifizieren, bin aber dann relativ schlechter in eine wirkliche Organisation draufzusetzen, um diese verschiedenen Schichten, man könnte sich das jetzt wie so Lackschichten vorstellen, um diese verschiedenen Schichten der Wertschöpfung auf dieses Unternehmen draufzupacken, um am Ende wirklich das zu bekommen, was die Allgemeinheit als funktionierendes Unternehmen beschreiben würde. Aber wir sind ja nicht die Allgemeinheit, wir sind ja fokussiert auf einen gewissen Teil in unserem unternehmerischen Wirken. Wenn du jetzt genau derjenige bist, dann können wir das an einen Investor verkaufen, der sagt, meine Kompetenz liegt eben nicht darin, von 0 auf 5 oder von 0 auf 1 zu kommen, sondern genau in der folgenden Periode, nämlich von 1 respektive von 5 auf zum Beispiel 10 oder 20 zu kommen, um es dann am Ende einem M&A-Berater zu geben, so zum Beispiel mir, um es nochmal profitabler zu verkaufen oder in Zusammenarbeit mit einer Investmentbank an die Börse zu bringen. Das sind alles einzelne Phasen der Wertschöpfungskette innerhalb einer Unternehmung, was erstmal eine relativ abstrakte Definition darstellt, aber das ist natürlich eine Möglichkeit, das eigene Unternehmen aufzubauen und dann einen Exit zu realisieren. Das heißt, der Exit muss nicht das perfekt gebaute finale Unternehmen sein, wo alle Schichten, natürlich nur metaphorisch zu verstehen an der Stelle, bereits auf dieses Objekt angebracht oder aufgebracht wurden, um dann den großen Cash-Event, das große Liquidity-Event zu schaffen. Das ist nicht die Realität. Du musst dir einfach nur die Frage stellen, wer bist du und was willst du erzielen? Denn es gibt Finanzinvestoren, es gibt strategische Investoren, es gibt die Mitbewerber, die jetzt zu den Strategen mit dazu zählen. Der Nächste sagt, ich bin Individualinvestor, ich habe einfach keine Lust, mir großartig was auszudenken, sondern ich möchte ein bestehendes Modell übernehmen, ich habe so und so viel Cash auf der Seite, das kann ich als Eigenkapital in den Deal mit einbringen und ich möchte eben nicht diesen Schritt von 0 auf 1 machen, im E-Commerce-Bereich zum Beispiel das Product Sourcen, den Shop bauen, die ersten Social-Media-Kanäle aufbauen, sondern ich möchte dann einsteigen, wenn diese ganze Fundamentalarbeit bereits verrichtet wurde und ich dann richtig mit Vollstoff meine Kompetenzen in den einzelnen Bereichen anbringen kann, soweit ich das eben kann, beziehungsweise bis zu dem Zeitpunkt, wo ich es eben nicht mehr kann und dann wieder ehrlich mit sich selber sein und sagen, wer ist der nächste richtige Partner, beziehungsweise der nächste richtige Eigentümer für das Geschäft, um diese Sache fortzuführen. Ich muss natürlich nicht verkaufen, ich kann natürlich auch die entsprechenden Personalien richtig besetzen, sagen, ich will jetzt einen CEO, einen COO, einen CMO, einen CFO, beim Thema CFO kommen wir gleich nochmal zum Sprechen, um das Business so aufzubauen, dass es eben meinen Ansprüchen beziehungsweise den Ansprüchen des Marktes genügen kann. Und so baut sich langsam die Geschichte hin zum für dich richtigen Investor auf. Das heißt, es gibt weder das richtige Unternehmen noch den immer richtigen Investor, aber es gibt verschiedene Szenarien, wo also ein Match zwischen Status Quo der Unternehmung und dem Investor existiert und wenn man diese beiden Dinge übereinander bringt, dann hat man einen kleinen, mittleren oder vielleicht auch großen Exit, je nachdem, wo man sich in der Wertschöpfung befindet. Man kann natürlich auch wirklich von Null bis zum Ende alles selber und erfolgreich realisieren, das gelingt den meisten aber einfach nicht, weil die meisten von uns keine Universal-Talente sind. Ich bin zum Beispiel super schlecht darin, irgendwas von Null auf irgendwas zu bringen. Ja, warum es auch immer so ist, ich kann es nicht betiteln, weil ich vielleicht auch besonders akribisch bin oder weil ich besonders fokussiert auf einen Teilbereich im Unternehmertum bin, was wiederum mit meinen Neigungen und vielleicht etwas mit meinen Talenten und Begabungen zu tun hat, ist dir auch vollkommen egal, warum dem so ist. Wichtig ist nur die Erkenntnis darüber, dass es ist, wie es ist und dass du ehrlich im Umgang darüber mit dir bist und dann auch mit anderen, nämlich mit deinen Mitbewerbern, mit deinen Kunden, mit deinen Investoren, aber auch mit mir als deinem M&A-Berater, um dieses Business dann an den richtigen Mann, an die richtige Frau oder an die richtige Investmentorganisation weiter zu verkaufen und sich selber ein Blödsinn zu erzählen, auf gut Deutsch gesagt. Wer du bist, hat meistens mehr damit zu tun, wer du gerne wärst, aber nicht wer du bist. Entweder du schaufelst dir diese ganzen Kompetenzen oben drauf, das geht, oder du konzentrierst dich auf das, nämlich das Maximale aus deinem gegenwärtigen Kompetenzspektrum rauszuholen und wie gesagt, das ist im Bereich M&A immer möglich. Die Frage ist nur, was ist meine Investmentthese aus Perspektive des Investors und was ist meine Exitthese aus Perspektive des gegenwärtigen Eigentümers und vielleicht dann meistens auch Gründers oder Gründerin. Diese Frage, die musst du dir jetzt stellen und wenn du sagst, hey, ich glaube, ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich gerne eine Veräußerung initiieren würde, wo ich also den Verkaufsprozess einleiten würde, mir aber noch nicht ganz sicher bin, dann kann ich dir nur empfehlen, das Gespräch mit uns zu suchen. www.esa.capital lautet die Domain und da landest du auf unserer Homepage. Dort kannst du dir ein kostenfreies Erstgespräch direkt mit mir sichern. Wir sprechen wirklich individuell 20 Minuten am Telefon über deinen Case. Ich versuche dir da in dem Moment nichts zu verkaufen, sondern ich versuche selber erstmal zu verstehen, was du machst, was du vorhast, was du schon gemacht hast und was in dieser obligatorischen Wertschöpfungskette die nächsten Schritte wären und ob ich jemanden im Kopf habe bzw. es als realistisch sehe, es in diese nächste Phase zu überführen. Egal wie die nächste Phase ausfällt, außer den Börsengang, den können wir leider noch nicht begleiten. Ich betone noch nicht. In naher Zukunft, werden wir das sicherlich auch noch mit abbilden können, dann im Rahmen unseres Investmentbanking Angebots bei Esa Capital. Auf jeden Fall freue ich mich auf das Gespräch mit dir. Ich freue mich auf den unternehmerischen Austausch, denn ich sehe jedes Gespräch mit den Unternehmerinnen und Unternehmern da draußen immer als ein Gespräch auf Augenhöhe. Deswegen, wenn du das Ganze auch entsprechend betrachtest, auch dieses Video entsprechend betrachtest, dann gib ihm bitte einen Daumen nach oben. Lass gerne ein Abonnement für den Kanal da, damit ich unter Algorithmus wissen, dieser Content, den wir hier produzieren, nämlich kostenfrei und nur für dich, dass der für entsprechenden Wert bei dir sorgt, dass er auch zum Nachdenken anregt und dann freue ich mich dann hoffentlich auf das nächste Video zusammen mit dir. Gleicher Kanal, anderes Thema und bitte nicht vergessen, Daumen nach oben und Abonnement ist mir ganz wichtig. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video, dein Matthias. Ciao.